Mein Name ist Roland Gmurer von Bodycoat HDEV mit Setzen Landsberg und wir beschäftigen uns primär mit den Urpflegenhärten von Korrosionsbeständigen Stählen, die speziell im Bereich der Nahrungsindustrie, Pharmazie, Chemie, Medizin, Aufschulindustrie, aber auch primär in der Autoindustrie und Maschinenbau immer mehr Anwendungen finden, um die eben für Schleißbeständiger zu machen. Das Thema ist die Korrosionsbeständigkeit, dass bei uns im Prozess das Chrom, das wichtig ist für das freie Chrom, nicht abgebunden wird und damit eben die Korrosionsbeständigkeit der Stähle halten bleibt.